Oh man, ey. So, also. War das nicht eine tolle Story? Quest-Tier-Story? Also irgendwie ist alles scheiße. Ihhh! Ballon! Oh, halt. Die tun mir auch noch weh. Stimmt ja. Ach man. Oh Gott. Ich werde gepoisoned. Da haben wir wieder eine Potion. Ganz vergessen, dass die sich hier teilen. So. Wie war denn das eigentlich nochmal? Heilen tut man sich nicht von alleine wieder, ne? So, ey. Wir sind hier überall. Wir sind hier so kreuz und quer. Ich weiß echt nicht, ob ich richtig bin. Jupp, jupps! Ha! Ha! Schwe! 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 Alter, sind wir für ein fette Vieh da oben? Okay, ich gehe erstmal hier lang. Ich muss ihn von der Seite angreifen. Wow. Äh. Er hat irgendeine Wand errichtet. Ganz toll. Ich will aber mein Ice-Shredder-Ding haben. So, jetzt erstmal wieder kurz High-Potion nehmen. Ups, Mann. Items, komm. High-Potion. Zack. So. Wir haben schon 162 KP. So. Okay, du hau ab, du Sporenbefall. So. Nein, klapper, klapper. Das sieht so geil an. Zack. Anti-Venom. Wow. So, die Kalk auch alle töten. So, was ist denn hier? Alter. Warum ist der Himmel so schnell? Guck dich mal die Himmel an, Alter. Wo sind wir? Ja, ist ja immer so, dass Draculas-Ding irgendwie wohl... Oh, ist der neue Gegner. Nee, ist auch ein Ballon. Dass Draculas-Shot irgendwie immer ganz komisch, illusionsmäßig ja eigentlich keinen Sinn macht und eigentlich ganz woanders sein müsste und so. Ja. Die Wolken, Alter. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Wir haben noch so viele andere Wege, ja, die wir jetzt alle ignoriert haben. Aber was soll's? Was? Oh Gott. Hideo! Hideo! Was auch immer er meint. Geil, ich hab der Alten hier die Hand abgeschlagen. So. Hunchbacks. Äh, Flea Man. Dö, dö, dö. Äh, okay. Dö, 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 dö. So. Hideo! Wow. Okay, die gehen aber. Sie sind jetzt nicht wirklich gefährlich, die Gegner. So, ich hoffe, das führt hier irgendwo zu was Coolem. Klasse, du Eisding. Richtig toll. So, der schießt aber über mich rüber, oder? Außer er duckt sich. Halt. So. Zack. Dö, 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 dö. Äh, soweit alles aufgedeckt? Ja. Hi, was ist das hier? Kann das Fenster gucken, wie es mir schlecht wird. Von diesem Wind. Ähm. Sieht alles sehr bedeutend aus, oder? Voll so ein einzelner Pfad hier. Irgendwie so eins verschlungen. Haben wir hier erstmal schön Anti-Venom. Oh, nochmal so ein neues Skelett. Ne. Ne. Da steht ja die Axt unwissentlich genommen. So. Weiter, wo sind wir denn hier? Was ist denn ein ganz kurzer langer Turm? Voll krass. Äh, jetzt sind wir hier irgendwo jetzt oben. Schon wieder Angst. Jetzt sieht ja alles sehr, sehr schick aus, aber ich habe Angst. Wow. Dö, dö. Wow, ahm. Wuuu. Guck mal, die schönen Wand, die Bildmalereien, die Glasfenster. Voll schick. Aber wieder auch gruselig. Aber erstmal hier. Yeah, neuer Herzcontainer. Maximale Anzahl an Herzen erhöht. Das kann schon über 90. Dann bestimmt schon weit mehr. Bin bloß nicht gerade voll an Horts. Äh, 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 ihr wisst schon. So. Okay, was haben wir hier schönes? Emerald Cloak. Das könnte auch ein bisschen gerade besser sein. Ach man. Ey, Kweppen. Äh, Silk Cloak. Und ich habe den Emerald Cloak. Der ist cooler. So. Der ist cooler. Ne, ne, ne. Ne, ne. Schaut. So. Er wusste, wo man hier ist. Ich kriege mal noch was Geheimnis. De, de, de. Ähm. Hops. Hops. Ach, guckt mal hier, Leute. Okay, Leute. Wisst ihr was? Äh, das da oben, wo ich jetzt noch nicht hinkomme, leider. Aber das da oben ist, glaube ich, sogar eine von Draculas Remains. Sein Auge oder irgendwie sowas. Oder weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber da müssen wir uns merken. Ich muss hier nochmal hin. Hier oben. Weil anders komme ich da noch nicht hin. Da, 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 da. Oh Gott, da ist eine Tür. Ist die auch zu? Wartet mal. Watt. It's locked with mit einem magischen Zauber. Verdammt. Wir gehen jetzt hier ganz umsonst, Taylor Arch. Ich hoffe nicht. Oh Gott, hoffentlich nicht, ey. Naja, okay. Ganz umsonst wie immer nicht. Ich kriege noch irgendwas. Oh Gott. So. So, alles klar. Tschüss, Finn. Und danke, dass du wieder dabei warst. Okay. Ja, alles angeguckt. Hier kommen wir dann tatsächlich noch nicht weiter, ey. Alles umsonst. Alter. It's him. Ja. Leider, leider. Alles umsonst. Na, gut. Aber lass uns doch nicht aufhalten. Ich gebe den ganzen Weg zurück und kann dann erstmal nach unten gehen. Oh Gott. Na, gut. Schneller. Yeah. Yeah. Ich hoffe, die ist schon rückblickend schneller als der Hinweg. Das ist natürlich mit den Typen. So. Ey, geil. So kann man die richtig geil angreifen. Schon nach vorne dashen. So, ich war sonst hier überall, ne? Ja. Leider tatsächlich ja, ey. Wow. Dashen. Dashen. So. Auch. Und so, okay. Dadadadada. Dadadadada. Aber irgendwann müssen wir auch nochmal hoch. Ich denke mal, ob wir den Zauberspell da brechen können. So. 99, ey. Ist das voll? Das ist 99, als das wir bisher tragen können. An, an. An Magic. so wo konnte ich jetzt noch hin ja ja wieder den großen raum hier und hier weiter gucken jetzt einfach überall irgendwo hin nach was ist ein riesen schloss man ja ja es tut mir leid heute der white dragon wo ist das ein elixier was ist glaube ich einmalig komplett vollfüllt nicht nur ein bisschen sondern alles vollfüllt wow wow ja gleich gepäusen ist klar moment hier anti-venom richtig viel status ist gut gott ist jetzt hier noch ein kompletter separat atom oder wie wartet mal scheiß sporen mal kurz hier noch woanders hin okay alles für eine silber service oder irgendwie sowas stimmt ich kann ja auch das machen stimmt ja alter ich muss erst vorher springen okay gut oder naja egal so alles nach hier du den daumen baum jungen bisschen spieler mäßig hier wo lassen wir schon fast ist ja einfach nur der turm der der ja jetzt aber ja ok cool und goldener kerzen ständer alles für die möbel und eigentlich ja alles für das beste ende nicht vergessen oh dieser boss hier ist ein boss da muss ja wo es jemand zum speichern sein wartet mal da muss ja immer zum speichern sein so fies ist das spiel nicht bestimmt hier komm schon geile ok Und jetzt sieht es aus, als ob es hier rechts irgendwo lang geht. Ja, geht's auch. Boah, ich kann das noch nicht kaputt machen. Okay. Hä, was schreibt ihr denn da? Hallo, 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 hallo. Hey, Blacky ist da. Hi, Nils. Schön, dass du auch noch einscheidest, obwohl du so einen sehr anstrengenden Tag hattest. Äh, so. Ach man, ich wollte die Karte angucken. Ähm, hier sind, wo ist hier noch mehr? So. Yoshiko, danke schön fürs Subscriben. Schöne Grüße aus dem Mainz und zum zehnten Mal, Alter. Danke schön. Zehnmalig hintereinander subscribed. Vielen, vielen Dank. So, Boss oder... Hier, erstmal nochmal gucken. Ja, hier ist halt... Alter, was ist denn? Wow, das war geil. Alter, ein Ruler Sword. Alter, fängt es jetzt mal voll an zu lecken. Alter, was ist das denn? Okay, da habe ich aber... Da habe ich Angst. Aber ich muss ihn dann eigentlich nochmal töten, ne? Ach, jetzt wird es jetzt wie so groß alles. Ach. Ach, küsst. Ich hatte da keine Waffen mehr, doch hat er noch. Ah, nicht so dumm ist Schwert. Okay, erledigt. Okay. Der Fluch macht mich einfach nur langsam. Oh, ist das hier? Ein schöner Brunnen. Der Brunnen ist doch schön. Oder nicht? Naja. Okay. Ich mache erst mal den Boss. Ich mache erst mal den Boss, okay? Wow. Dem... Boss-Time. Ja. So, gucken, was das bringt. So. Hopps, hopps. Halt. Wo war der Boss? Wo ist der Boss? Muss ich erst mal hier kurz hoch? Hopps, hopps. Oh. Kann ich ja noch mich runter durchsliden. Irgendwas geiles hier. Ach ne, ach so, der ist ja wieder. Der Weg zum Boss. Ich habe es verkackt. Was zur Hölle? Wo bin ich denn? Ach, Mann. Ich habe es echt verkackt. Ach, nochmal da hoch. Sorry. Niu. Niu, niu. Niu, niu, niu. Hops, hopps. Ups. So. Okay, ich habe Holy Water. Wer ist das denn? Äh. Lass mal wieder gucken, was der macht, ne? Ah, geil. Hau ab, Mann. Man weiß, ob man nicht wieder angreift. Äh, Anti, nicht Anti-Venom. Äh, Uncursed Potion. Oh, Mann, mit seiner ollen Hand. Hat er mich erwischt. Okay, ähm. Kriegt er noch Down, oder soll ich es lassen? Ja, er kriegt ihn noch Down. Äh, Potion, Potion. Äh, und Uncursed Potion. So. Niu, du du duu. Na, komm schon. Komm mal runter. Alter! Halt da! Aber was, komm mal runter, du Sau. Ja. Ne. 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 Uh, Critical. Geil. Bin da davor. Bin da davor. Was hast du davor, hä? Was hast du davor? Bist du überhaupt für die Vieh? Le... Lü. falsche richtung kumpel falsche richtung kumpel das war geil aber ich darf nicht immer so scheiße springen das ist echt blöd dann noch zu kontrollieren halt immer so durch springen nein ich wieder kerst mann weg voll gesprungen weil ich dachte ich mich okay noch mal high portion so jetzt bin ich richtig high meine kann ich mir kann ich mir laufen nicht so schnell okay komm schon hast du vor du schau dich immer schön 30 der mensch manchmal ein quid ist auch cool richtung erleben so kurze arme ja wenn man geduldig ist dann kann ich ganz locker schaffen nicht wenn man so wie ich einfach in den reinspringen was erfolgt ganz gut auszuholen hat mich voll getroffen ich will immer es leiden aber wenn ich köst bin geht das nicht wo kommt wieder runter die mucke immer die gleiche boss mucke ich bin mal ein bisschen geduldig wieder und warte bis er runter kommt so komm runter du saum lange fliegt er denn da oben sag mal geh nochmal vielleicht mag ich ihn einfach aus real stone yes okay oh fuck zack zack den hab ich richtig gegeben gut warum ist die mucke immer noch so gruselig egal was ist das was nachtsichtbrille ich hab eine nachtsichtbrille bekommen leute warum auch immer und dann geht es jetzt hier einfach instant in ein neues gebiet boah ey hmm clock tower oh scheiße klingt nach einem anderen horror game oder aber boah so und der im urtum ist doch immer der tod und nackte harpien ouch alter ist die stark ich glaube hier soll ich noch nicht sein oder äh oh god ich glaube hier soll ich definitiv noch nicht sein ouch alter man kürnen so tot nee so die einen hab ich gefedert und geteert oh alter so ein bütiges Zahnrad nein ich glaube hier soll ich noch nicht sein oh oh er hat ja einen Glockenturm scheiße wir können jetzt schnell und sich den Boss nochmal machen ne das wär ein bisschen kacke oh god golden Medusas die einen versteinern wenn sie einen treffen ah nein oh god jetzt fällt die Busse nicht so blöd runter was das äh Hinweiskarte 4 ah Hinweiskarten gibt's ja auch noch wir haben noch nicht mal die erste gefunden Leute ich will wieder zurück ich will wieder zurück ey aber das schaffe ich doch damit nicht oder wow wow lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe äh nette Boob Lady nette Harpian Boob Lady wow ah wer sind denn da oh gott Rüstungstyp Hilfe speichern scheiße ich kann nicht speichern wow scheiße vielleicht hat's geklappt ich hatte zu viel Angst oh gott ah auch man oh was ist denn das für er alter zing zing ok er ist down oh oh gott ah ok wo komme ich jetzt hin wenn ich hier wieder raus gehe wo komme ich da hin ok ich bin wieder am Ausgang ok oh gott ja ich gehe nochmal speichern weil ich will nicht nochmal den Boss platt machen ich will wissen jetzt wo der Glockentum ist und wenn wir das nicht vergessen ist der richtig cool der Romy sieht auch sehr weird aus auch irgendwie geil upsala ok so schnell speichern dann gehe ich einfach nach unten weiter so noch alles hier so verwirrend ey ja das Spiel ist schon umfangreich ups da 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 umfangreiches Spiel umfangreiches Spiel so den neuen Waffentypen lasse ich mal wieder außen vor man lässt zum ach man ich wollte die ganze Zeit sliden aber wenn ich cursed bin dann springt er anstatt zu sliden also meine ganze schnelle Bewegung ist dahin was hier ist es ja dunkel oh gott äh face guard oh gott Leute ist ja richtig scheiße ok ne hier soll ich noch nicht hin nicht im dunkeln hier hin so wo kann man denn noch überall hin ja jetzt ist eigentlich der Rest ist bloß noch im Glockentum oder ich gehe wieder ganz zurück zu dem Beamer der Musik und nochmal da ganz zurück ich müsste überall übel zweit latschen um da wieder hin zu kommen wird schwierig eventuell doch in den Glockentum schon aber der ist so schwer Mann lass mich durch Dankeschön so war nicht irgendwas bei dem Brunnen was dann irgendwas machen konnte dass da ihm irgendwas gibt ich weiß nicht mehr alle so verwirren verworren ja dann ist es wohl echt wieder zurück in den Glockentum nochmal speichern ach die Nachtsichtbrille genau natürlich die Nachtsichtbrille ja ihr merkt es ist sehr verzögert ah der chattert recht die Nachtsichtbrille mein Gott hab ich schon gesagt Nachtsichtbrille hab ich schon erzählt ne so ähm so alles klar Night Goggles Dankeschön Leute dann gehe ich doch mal weiter hehehe mhm de 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 der hätte ich jetzt überhaupt nicht gecheckt ich bin so ein Deppmann ah zum Glück habe ich ja euch als meine Community dabei so jetzt sind wir jetzt ein bisschen mehr was natürlich geil ist Dankeschön Leute die 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 okay man äh Wow. Okay, wartet. Hier geht's nicht. Irgendwo langt noch. Nein! Wow. Hintkart Nummer 2. Okay. Jetzt finden wir die aber hier. Wir sehen die krass oder was. Hoi. So. Chaosring. Ist klar. Einfach so. Das ist ja aber nicht weiter, ne? Äh, nee.